Hallo ihr Freunde und Freunde Lieneritz! Mensch, es geht ja so, ich habe gehört, meine Frau Lieneritz und meine Herrscher, die haben heute drüber geredetet, ja, von wehe, was sie wählen soll. Also ich verstehe nicht, wie was wählen soll. Wählen soll sie, haben sie gesagt, eine neue Regierung. Ja, eine neue Regierung, die braucht doch keine Regierung. Nee, die zwei regieren doch zusammen, habe ich mir gedenkt. Ja, meine Frau Lieneritz hat also, ich mache das jetzt so oder ich will das so und Herrscher sagt als, oh nee, will ich also nicht so und manchmal gibt es dann Zang. Ja, manchmal zangen sie sich, aber nicht oft, nur ab und zu. Ja, aber regieren sie uns ja zusammen, da brauchen die keine Regierung zu wählen. Das ist absolutes Quatsch. Ja, habe ich mir so gedenkt, wie ist denn das bei euch? Müsst ihr eine Regierung wählen? Nee, ne, das brauchen wir alles nicht. Also ich habe gesagt, holt dieses komische Umschlag und werbe es weg, das brauchen wir nicht. Und ich wähle Joa und ich entscheide mich und wähle mich für alle zwei. Ja, Freunde, also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, euer Merlin.